Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich bei so einem Fahrradschloss hier den Code richtig ändern kannst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Grundeinstellung ist je nach Modell immer 4 bzw. 5 mal die 0 hier und diese Zahlenkombination sollte man aus Sicherheitsgründen natürlich sofort wechseln. Hierfür einfach einmal das Schloss öffnen, dann das Rad hier auf der Seite im Pfeilrichtung einmal eine Viertel der Umdrehung rumdrehen, ist auch schon geschehen. Und wir können die neuen Zahlenkombinationen jetzt einstellen. Bei mir soll das einfach 5 mal die 1 sein. Nun das Rad wieder eine Viertel der Umdrehung zurückdrehen und meine Zahlenkombination hier oben ist gespeichert. Bei Abus funktioniert es übrigens fast genauso, nur dass die Nullen hier diese weißen Stöpsel sind und anstatt dem Rad haben wir hier einen roten Ring, den wir jetzt auch einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist auch schon geschehen. Wir können unseren Code wieder neu einstellen, bei mir 4 mal die 1 und dann anschließend den Ring wieder zurückdrehen. Wir können sehen, dass ich bei 4 mal die 1 das Schloss schließen kann. Jetzt stelle ich mal wieder 4 mal die 0 ein, so wie es davor auch war. Das Schloss ist zu, nochmal 4 mal die 1 und wir können sehen, das Schloss geht wieder auf. Bei meinem anderen Modell natürlich genau dasselbe Spiel. Wieder 5 mal die 0, so wie es am Anfang war. Geht nicht auf und 5 mal die 1, das Schloss funktioniert wieder. Somit habe ich bei meinen beiden Fahrradschlössern hier auch schon den Code richtig gewechselt, was ich übrigens beliebig oft machen kann. Solche Zahlenschlösser hier haben übrigens unterschiedliche Sicherheitsstufen und hier sollte man auf jeden Fall auf hohe Qualität setzen. Wenn du dir jetzt also so ein hochwertiges Zahlenschloss oder auch ein Schloss für deinen Fahrrad in einer anderen Variante zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also so ein Fahrradenschloss hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.